Hallo Leute, herzlich willkommen wieder bei Litch of Legends. Heute ist ein neues Video, ich mache was anderes. Ich bin mit meinem Freund mit dem Petty, Sascha, Lieserchen. Hallo, ich will auch so eine Begrüßung haben. Was ist da los, ey? Und mit Petty? Komm mal, komm mal, Petty, Petty. Ich bin zweimal dritte. Vielen Dank aber auch, das war klar. Du musst wegporten. Vor mir. Ja, wir spielen so mit dem Temo ein bisschen Erweiterung sozusagen, als der Maike L. Pin gemacht. Bitte schlepp, bitte schlepp, bitte schlepp, komm her, bitte schlepp, bitte schlepp. So, ich bin allein, und meine gennische Freunde, oder gennische Tibor, scheiße. Die gennischen muss mich finden, wie ihr seht. So, und ihr könnt mich suchen. Für ein Follow-Pri, Marvin kann mich nicht stunnen, ey. Einem hört man uns eigentlich in der Aufnahme? Ja. Scheiße. Scheiße. Letzter Moment, er hört uns nicht. Also, Sabi, willst du dich dann zuschauen, wenn du versteckt bist, mal die Regeln erklären? So. Also, ja. Okay, mach ich. Also, wenn ich stehe so, wir haben nichts zu tun. Keiner hat was zu tun, eigentlich schon. Ich kann mich nicht bewegen. Spaß, ja. So lange, bis ich werde nicht getroffen werden, bis ich überhaupt nicht bekomme Scham, dann muss ich mich bewegen. Und irgendwann, und wenn kommt solche Warnung, das ist stets zu lange, dann muss ich halt, ich bewege mich, dann muss ich irgendwo an der anderen Stelle mich... Du kliesst ja gerade zu. Das ist so wie eine gewisse andere Person, die sich mal komplett durch die halbe Map dann gelaufen ist, ein neues Versteck gesucht hat. Ja, teilweise geht das nicht. Ich kläre die Regeln. Und die Gegner, oh, die Gegner können keine großen Schatten mehr machen. Und ich muss ja nur weglaufen, die kann nicht angreifen. Alter, wir müssen versuchen, ihn zu finden und zu töten. Ja, ja. Und dann... Paddy, warum hast du dir das? Und auch die wichtige Regel, wenn die Gegner für mich killt, bekommen einen Punkt. Und wenn ich überlege, mehr als 10 Minuten, dann bekomme ich einen Punkt. Sabi, guck mal auf mich schon Paddy. Er kann dich nicht sehen. Vielleicht ist er in der Nähe. Wer weiß. Ich hab euch schon gesehen. Ich hab schon euch gesehen. Ich wollte meine Ulti... Ach, meine Ulti. Ich hab sie gemacht, okay. Gut. Er springt einfach in irgendein Gebüsch und setzt Ulti. Er kriegt so Instant-Kill. Lisa, wirf mal Sperr auf mich. Oh, du hast mich zu sehr verletzt. Ich muss mich heilen. Oh. So, ne? Lass die Timo-Hungerspiele beginnen. Haben wir schon lange begonnen. Aber ich... Aber ich... Aber ich... Nein. Okay. Nein. Ach man, ich hab schon wieder übelse Legs. Ich kapier's nicht. Glaubt ihr, er chillt auch irgendwo hier? Nein, der kann ja nicht sein, weil wir ihn ja gesehen hätten dann. Mhm, muss ich unbedingt sein. Nein. Er könnte hier rausgelaufen sein. Hier um die Ecke. Und sich da hingestellt. Das war purer Glück. Ohne Scheiß. Ich musste mich bewegen. Aber ich muss mich schon bewegen. So. Also ich krieg den hier. Das ist am besten lustig. Wie... Die mich so genau ne Scheiß. Und ich merke mich überhaupt nicht. Weißt du, wenn du Schaden kriegst, kann ich erlaufen, ne? Ja. Ich hab keine Schaden bekommen. Noch nicht. Wenn ihr wollt, könnt ihr später in meinen Aufnahmen schauen. Ob ich Schaden bekommen habe oder nicht. Aber war knapp zu Schaden bekommen. Hast du dich aus Versehen bewegen oder musstest du dich bewegen? Aus Versehen hat er sich bewegen. Nein. Wait. Okay. Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Oder? Hier! Oh, ich kann nicht mal nix machen. Fuck! Bleib! Schlaf! Schlaf! Fuck! Fuck! Ich hab' gesagt, ich... Sieges Goal! Oh! Ich hab' gesagt... Fuck! So... Schlaf! Ich hab' gesagt, ich hab' jetzt kaputt. Oh! Der Snipe! Ich hab' dann scherze... Ey, Savvy, du siehst mich, ne? Savvy, du siehst mich, ne? Ja! Ich bleib' hier auch nur stehen. Guck mal, soll ich den hier machen? Ah, scheiße. Wo ist die Luft hier? Keiner hat's gesehen. Ey, was denn? Ich hab grad den Platz da aufgedeckt. Ach so. Ich hab doch Dings mitgenommen. Wie heißt es? Ja, was du eigentlich nicht solltest. Guck mal, wie ich Lisa verarscht hab. Guck mal, was sucht der eigentlich da? Er guckt auch, wer da war. Was war das gerade? Marvin hat sich das Item geholt, schon. Ah. Aber nur einer von uns darf das. Ich hab's eigentlich nur geholt, weil er's Codan Reduction hat und hier Mana und Armor und Codan Reduction. So, und jetzt wird er interessant. Naja, jetzt weiß ich noch. Ey, das ist so scheiße. Oh, yeah. Ach so. Guck mal, ich hab ne Katze. Jetzt könnt ihr erst suchen mich. Wie sie durch meine Beine durchschlägt. Ein Paster, ein Paster, ein Paster is your all. Ihr sucht, ich stehe hier. Ich lege. Sorry, wenn ich das hier genommen hab, aber ich lege. Ich kann sie nicht kontrollieren. Sie läuft einfach irgendwo lang. Wie erliegen durchs. Ich schwör's dir. Wenn ich da hinklicke, läuft sie einfach irgendeinen Weg, aber das ist kein Witz. Mama holt sie einfach. Nein. Geht doch gar nicht mal. Nur wenn ein Gegner in der Nähe ist. Halt's Maul machen, du blöder Wichster, du. Was machst du hier noch? Ach so. Wieso müsste man die Taktik verraten, du dreckigen Paster, Alter? Und ich frag mich die ganze Zeit, warum du nicht deine W einsetzt? Du bist so ein Spass. Er kann ihn doch sehen, wenn sein Rütti aktiviert sich dann. Ja, ach nee, deswegen nehme ich auch Katharina, du Spass. Was denkst du, warum ist jetzt noch keiner da draufgekommen, es Katharina zu nehmen? Nur einer kommt drauf, der jetzt spielt, äh, sie spielt. Jetzt hast du, jetzt kann ich sie nie wieder nehmen, Alter. Jetzt ist sie gebannt. Du bist zwar ein Spass, ey, ohne Scheiß. Ey, warum? Du musst ja bei ihm in der Nähe sein, also von daher. Ja, und so finde ich ihn aber immer wieder. Er läuft einfach in Gebüsche rein, er guckt seinen Rütti mal an. Eben, ich laufe überall rum und wenn er in der Nähe ist, werde ich meinen Ulti aktivieren, dann nimmt er wie Schaden, muss sich bewegen und dann killen wir ihn. So hast du ihn wahrscheinlich auch beim ersten Mal gehabt. Darf man Sunfire Capeln? Ich hab ihn so mit immer, ja darf man, ich hab ihn so immer gefunden. Er nimmt dir auch Schaden. Ich hab mit Katharina ihn so immer gefunden. Das ist die einzige Methode, dass du ihn überhaupt finden kannst, Sascha. Nein, nein. Nein. Sascha kann seine Q nur bei Gegnern aktivieren. Was ist das für ein Geräusch? Irgendein Zug. Tchut, tchut. Hat sich das so angehört, oder nicht? Nein, das ist, wenn der... Eigentlich macht das nur Micha seinen PC. Nein. Er ist. Aber er ist, sein PC ist Oldtimer. Na ernsthaft, Micha sein PC macht das wirklich nur. Eigentlich. Und wenn Schoko bei links ist, bei ihrer Mutter, dann kommt das auch. Aber es ist doch nur Ashley. Ja, deswegen verstehe ich nicht, warum... Achso, das ist ihr Laptop vielleicht. Ihr Laptop auch. Ach, tchut, tchut. Tchut, 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 tchut. Hyperspeed Laptop, Alter. Wow. Keiner hat ihn gefunden bis jetzt. Ah. Er darf aber nicht im Base stehen bleiben, oder? Nein. Ja. Sebi, hast du mich noch einmal überhaupt gesehen? Ja. So sehe ich euch. Oh, fuck. Oh, fuck. Ey. Naja. Oder da. Oder da irgendwo. Ich glaub in dem Bereich. Ich glaub irgendwo hier in dem Bereich. Wie knapp war das? Was ist denn das? hier auch in einem Video und alle in diesem Bereich und wo er gesagt hat auf ein Rau Euro Rau da Alter Schwalter, wie kabel ist immer das? Alter Schwalter, wie lange das macht mir, das ist kein Spaß. Dachschau, rennt nur durch die Gegner und macht nichts! Scheiß, was soll ich auch machen? Ist doch so. Das ist so scheiß, Alter. Nita, du weißt schon, wenn du deine Dinger abstainst, dass es dir nichts bringt, solange ich schreit. Aber vielleicht dreht er da rauf. Wie denn? Wenn sie genau da hinmacht, wo er steht, dann trete es automatisch drauf. Ist doch okay. Sagen wir, sie setzt Instant einfach hier rein und er ist genau da. Es aktiviert sich und danach, nach zwei Sekunden, trete er automatisch rein. Wann hat es eigentlich begonnen, dass Sebi einen Punkt kriegen würde? Ich weiß noch nicht mal, bevor die Runde geendet hat und angefangen hat wieder. Aber wir laufen bestimmt schon um die drei Minuten. Wenn nicht vier. Wenn nicht vier. Sagen wir so ab 20. Zehn Minuten. Ja, ich stehe schon da eine Weile. Ich kann nicht zehn Minuten. Wir haben ja gekillt in siebten Minuten. Ja, da wird die Zeit dir angehalten. Also, siebzehn. Siebzehn. Hä, das zählt ja nicht, weil das wäre... Dann würdest du dir die Zeit mitrechnen, wo wir zurück in die Base gehen, Sachen kaufen. Und du dich in dir neu versteckst. Dann geben wir ja achtzehn, okay. Ja. Lol, der ist bestimmt in der Base geblieben. Ich hab jetzt jeden Quadrat seit dem mit ab. Nicht mal meinen Hypersensor findet ihn. Du weißt schon, wenn du Schaden kriegst, laufen. Ich merke auch, ich bin auch die ganze Zeit immer an denselben Stellen. Welche Anerk½ werden soll derAfďkономen und auch die Aufwand dann werden. Ja, Sascha. Ja bitte. Ja bitte. Nach dem Problem, ja? Herster ist jaник, ja. Er ist ja nasal mit der earthen Karte. schon ein Problem hier. Wo ist er denn, Alter? Besser nicht im Base. Soll ich mal im Base reingehen? Soll ich im Base reingehen? Ja, du siehst ihn ja nicht, weil er ja unsichtbar ist. Leute, warum kommt dann Wahlrostball raus hier gerade? Ja, ich hab ihn! Ich hab überhaupt Schaden bekommen? Ne, ich hab keinen Schaden bekommen. Du hast Schaden bekommen. Er hat Paranoia bekommen. Er dachte, das ist scheiße, ich bin am Arsch. Okay, ich darf mir Sunfire Cape holen, hab dir gesagt. Ja, jetzt bist du auch wenigstens, dass du was neu nutzt. Das hat keiner gefragt. Darf ich mir auch zwei Sunfire Caps holen? Bringt doch nichts. Was bringt's dir? Ähm, darf ich dieses Dervish Blade holen? Gibt plus 50 Attack Speed, plus 45 mal G-Resi, plus 10 cooldown Reductions. Was für ein Blade? Dervish Blade. Warte, ich will das zu ausprobieren, Leute. Dervish Blade? Ja. 2.700 kostet. Gibt plus 50 Attack Speed, plus Fummo-Cool. Ach, das Teil! Das war auch alle... Ah, kannst du eigentlich machen, ja. Cooldown Reductions is cool. Ach so, bitte Fernand, ich raus. Rauch, solange du nicht in den Schale gehst und ihn zu. Guck mal, guck mal, soll ich was Lustiges machen wieder? Nein, keine Schuhe gibt es mehr. Ah, immer da, ey. Warum immer da? Ja, weil bisher... Warum machst du dich einmal da? Warum bin ich einmal da? Warum eher? Hauf auf meine Nase zu gucken. Guck mal, warum kommt bei dieser Geste ein Walrostball raus? Wo? Ach so. Warum ist das ein Walrost? Hm? Das ist das Walrost von Corki, Junge. Wo? Bei mir, guck mal bei mir. Guckst du gerade Paddy? Ja. Ach so, Lisa hat sie den Trank eingesetzt. Und ich denk so, warum ist sie so groß? So. Ich hoffe, dass Lisa den nicht abhackert gibt. Alter, jetzt haben wir ein bisschen schnell... Bist du fertig? Ich bin noch nicht fertig. Schnelldash mal alle hier hin. Okay, jetzt könnt ihr alles... Nein. Meine letzte... Leute, das ist mein letztes Leben. Weißt du, überlebe ich diesmal. Diese Fische finde ich ziemlich geil. Nein, Lisa! Nein, Lisa! Nein! Oh, hab ich Lisa gesehen? Ja. Was macht ihr jetzt hier? Was möchtest du dich? A Double Giant! Nein, 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 nein! Nebi, willst du mal sehen, wie ich aussehe? Guck mal, wie ich aussehe. What the fuck? Scheiße, warum bewegst du dich? Ja, der sich einfach bewegt. Und das Versteck kannte ich, Junge, das habe ich mal genommen. Er bekommt richtig auf die Fresse. Hey, was für ein Spitz hat ihr? Flash, Bär, dann auch noch Ghost, ja. Und Schuhe, also... Jetzt zweite Runde, äh, noch eine Runde, Rabin. Ah, die Leute haben mich verloren, ah! Ich könnte noch bis fünf machen, wenn du willst. Aber Momente war wirklich manche geil. Ich könnte noch bis fünf machen, wenn du willst. Okay, machen wir ja bis. Noch eine Runde, dann was? Nein, Runde. Hast du ja gesagt, das reinzunehmen? Nein, das hat's automatisch gerade gemacht, irgendwie. Da, 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 da! Ja, komm, ja komm, ja komm, ja komm! Ja komm, ja komm hier, ja komm! Okay. Ja komm, Digga, ja komm! Ey, guck mal, guck mal. Nein, das stoppelt sich nicht, scheiße. Guck mal den an. Wirklich schade. Hier ist er, ganz unten auf dem Block, hier. Neut. Ey! Ey! Der Bär wurde ausgetrickt. Leute, ich brauch Hilfe, hinter mir ist ein pädophiler Bär. Pädobär! Pädobär! Ja! Da hat sogar je Angst. Ja! Nee, ich muss nicht gar nicht was machen. Bleib spielen! Alter! Boah, jetzt schweiß. Aber warum rennen wir schon rein? Kommt mal raus, Leute! Okay, ihr könnt es suchen. Okay. Lass mich! Ich bin ganz viel schneller als du. Zum Glück werde ich von unserer Aussicht gestreamt oder aufgenommen. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich passe nicht. Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Lass mich in Ruhe. Lisa. Lisa, helf mir! Lisa, ich schenke es! Ey, was ist? Ich schenke es! Ich schenke es! Ich schenke es! Jetzt rennt Marve in dieser Zeit. Tschüss! Oh, der Meier! Der Meier! Der Meier! Der Meier! Ja, gibt ihr euch! Der Meier! Der Meier! Der Meier! Ich hab schon wieder mich gefunden! Was macht ihr hier für Schaden? Der Meier! Der Meier! Der Meier! Der Meier! Haben wir gewonnen? Ja! Ja! Er meinte, er ist die letzte Runde. Oh! Ich hab Klicksilber! Ich hab Klicksilber! Aber ich verstehe nicht. Er konnte mich füllen! Haben wir zu wollen? Oh! Ja! Victory! 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 Was habt ihr gekauft? Warte, warte, warte! Nicht schlagen! 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 Guck mal, Fetty! Äh, Fetty! Guck mal, Selby! Ah, Scheiße! Lisa, auf dich hat der Teuber hier schon geschossen! Hoffentlich erst hier oder hier! Selby, gib mal ein Ebay dran! Ja, weil du eine Kuh gemacht hast! Ja, aber ich bin bis hier reingelaufen ohne Kuh! Da hab ich's erst gezündet, so ungefähr! So! Leute, ich will sagen... Warum jetzt ein Wettstreit wäre am meisten nach arbeitenden... So Leute, ich will sagen das, was wir diese Runde... Und wir sehen uns im nächsten Mal... Ciao! Ey, 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 lass mal warten bis...